Hast du dich beruhigt? Beruhigt hab ich mich jetzt nicht! Gegebenenfalls durch geeignete und neue Ersatzteile austauschen. Hast du Ersatzteile dabei? Hast du diese Ersatzteile-Kit mitgekauft? Nö. Hast du Kitten hinten bei dir? Ich seh's nicht. So ist es gut. Sag doch mal was. Ich seh doch nicht wo. Mach doch mal ne kleine Roomtour. Und ist gut? Seid mal ehrlich. Komm mal rein! Wie soll ich denn? Wie bist du nicht reingekommen? Ja, du musst quer. Mach mal vorsichtig. Okay, warte. Im Vergleich zur Rettungsinsel? Von der Größe her? Fast genauso. Rein von der Fläche her. Nee, ein bisschen weniger nicht. Wenn ich mich anlehne, ist das Haus kaputt. Ja, okay. Aber da können wir ne Lösung finden. Mhm, okay. Ich hab die nicht. Ach so. Wir müssen sie ja noch finden. Ja, okay, pass auf. Wollen wir mal eine Sache testen? Nee, stell dir vor, wir müssen jetzt schlafen. Ach genau, lass mal hier noch. Wege der Endposition. Lassen wir die Schuhe an? Nee, ich zieh die aus und stell die draußen in den Vorgarten. Wie hast du das geschafft? Wieso bist du so gelenklich? Boah, mein Bart hängt ja schon im Nasenloch, ey.